ja hallo leute ich bin es wieder euer radi heute morgen in alter frische ja ihr werdet euch wundern letztens kamen keine videos dann kam mal wieder eins jetzt ein tag später oder zwei tage später kommt sofort wieder eins ja das ist nun mal manchmal so also dieses video ist ein ganz ganz kurzes aber ein wichtiges video es geht um das thema rückmelder flattern und zwar habe ich nämlich gesehen bei meinem letzten video bei dem 74er da ist mir nämlich oder er was aufgefallen nämlich genau bei meinem blog wo ich dann die einmessfahrten gemacht habe habe ich dann im nachhinein gesehen dass da was flattert ja und das ist das problem den wenn rückmelder flattern rückmelder sind ja dazu da damit sie eben melden entweder ja oder nein ein zug ist da oder es nicht da aber wenn sie flattern ist das natürlich das schlechteste was einem passieren kann und das sollte man natürlich auf jeden fall muss man beheben und da gibt es aber auch einen kleinen trick den kann man dann in den software varianten einstellen und das will ich mal eben kurz sagen also thema ist rückmelder flattern bei meldern bei rückmeldern in einem blog so und ich schalte jetzt mal hier das bild aus und jetzt sind wir hier auf der demo version ja also es geht hier um diesen einmessblock hier um diesen den ich letztens beschrieben habe und der blog wenn ich jetzt mal hier drauf gehe hat die geschichte nämlich dass er drei rückmelder hat also ich mache mal eben hier die sache so ein bisschen damit man das etwas besser sieht und diese drei rückmelder die für den blog verwendet werden da hat natürlich jeder rückmelder wenn man darauf klickt seine eigenarten seine einstellungen kontaktmelder anschluss operationen oder sonstige sachen aber es gibt auch dieses feld memory und hier wird was gemacht oder gesagt oder getan oder kann was verändert werden zum thema eigenschaften von diesem kontakt oder rückmelder oder besetzt melder was immer es ist das steht normalerweise hier immer auf selbstständig das heißt also entweder ist der besetzt oder rückmelder da oder nicht und wenn er eben anfängt zu flattern oder wenn da irgendwie kontaktprobleme sind an den rädern staub oder sonst irgendwas dann kann man da auch noch andere dinge tun nämlich man kann ihnen sagen ja man will ihnen das geht hierbei ums ausschalten hier hier steht der begriff ausschalten und das heißt also wann soll denn der rückmelder wieder ausgeschaltet werden nämlich entweder selbstständig wenn alles in ordnung ist oder manuell oder mit einem zeitgeber den man einstellen kann mit einer zeit oder man kann ihn auch ausschalten wieder wenn ein anderer melder ausgeschaltet wird oder man kann ihn ausschalten wenn ein zug ein einschaltpunkt passiert hat oder ein ausschaltpunkt passiert hat oder man kann ihn durch einen weiteren melder ausschalten wenn der unten angegebene melder der hier unten ist wenn der melder hier angegeben ist dann kann man ihn dort wieder ablöschen wenn man so will oder aber mit einem melder wenn er unten ausgeschaltet wird soll das heißt also ich kann hier einen anderen melder irgendwie nehmen und sagen wenn die brücke offen ist oder wenn wenn dies oder das passiert ist beispiel dann kann ich hier wenn die brückenüberwachung sich meldet dann kann ich ihn dann wieder ausschalten was natürlich dann auch auch passen muss und das betrifft an den oder den so und wenn ich eben hier nichts habe dann habe ich eben nichts so oder wie kann ich den wieder raus machen weil sie gar nicht in dem ich gar kein habe und jetzt brückenüberwachung auch nicht schlecht ach so wenn ich den hier rausnehmen ist ja ungültig sozusagen ja ok so und dann ist er wieder weg ja so ja das sind die sachen wo ich heute darauf eingehen will mal eben ganz kurz und das dauert nur zwei drei sekunden denn ich habe dann jetzt logischerweise hier auf zeitgeber geschaltet das heißt ich sage ich schalte diesen rückmelder und den und den aus nach einer gewissen zeit und da kann man sagen ich will was weiß ich eine sekunde zwei sekunden drei vier fünf ich weiß nicht wie hoch man da gehen kann jetzt hier also man sieht das geht hier ganz schön bei drauf das heißt ich kann also hier verhindern dass wenn der rückmelder flattert er sofort am hin und her flattern ist indem ich einfach sage nee lasst doch mal für eine zeit von vier sekunden das ding stehen oder ich habe jetzt hier bei mir habe ich jetzt auf zwei sekunden gesetzt ich kenne aber leute die machen vier und fünf sekunden das heißt dann hat man ein sauberes ein beziehungsweise in dem fall ein sauberes ausschaltverhalten mal kommen soll der melder natürlich sofort und ausschalten soll aber erst dann nach einer gewissen zeit und das führt dazu dass man dann eben kein rückmelder flattern mehr hat was dann den fahrbetrieb deutlich sicherer macht das gab an einerseits bei dem einen oder bei der einen oder anderen hardware tschuldigung auch an der hardware an den rückmelde modulen einstellen oder an einer software mit der die rückmeldemodule eingestellt werden und wenn man es nicht kann dann kann man es hier zum beispiel beim train controller oder eitrain oder so machen also bei den verschiedenen varianten also das ist ein tipp wenn es denn mal flattert und ihr wollt es einfach verhindern dann kann man hier diesen sogenannten workaround machen und man lässt man wartet einfach zwei sekunden und sagt wenn er noch mal kommt ja dann soll er kommen und wenn er wieder weg geht also er muss erstmal er bleibt dann zwei sekunden stehen oder drei oder vier oder fünf wie auch immer das wollte ich nur sagen das war's schon deswegen bin ich jetzt wieder hier also wenn man rückmelder flattern verhindern will gibt es die möglichkeit über memory im train controller die sache etwas verzögert wieder auszuschalten euer radi sagt tschüss bleibt gesund und naja bald haben wir weihnachten es kommt die schöne weihnachtszeit schnee haben wir heute gekriegt alles gut euer radi sagt tschüss für heute ciao